Twistflush, die neueste Innovation von Willeroy & Boch. Heute möchte ich Ihnen gerne ein paar Details dazu erzählen. Sie kennen das sicherlich alle von zu Hause. Die Toilettenbürste benutzt man sehr ungern. Ein WC sollte schnell und einfach zu reinigen sein und häufiges Spülen verbraucht eine Menge Wasser. Unsere Lösung dafür ist die neue Twistflush-Technologie. Zum ersten Mal eingesetzt auf den WCs der Kollektion Subway 3.0. Twistflush nutzt dabei die physikalische Kraft eines Wasserwirbels, um so besonders gründlich zu reinigen und nachhaltig. Mit einem Twistflush-WC spart eine vierköpfige Familie bis zu 19.700 Liter Wasser im Jahr. Wie machen wir das? Durch den schräg versetzten Ablauf im Inneren des WCs, kombiniert mit dem einzigartigen Design ohne Ecken und Kanten, entsteht ein kraftvoller Wasserwirbel, der Verschmutzungen einfach mitreißt. So habe ich ein super hygienisches, kraftvolles WC, fast bürstenfrei und spare eine Menge Wasser. Die WCs der Kollektion Subway 3.0 sind dabei sowohl wandhängend als auch bodenstehend, mit der Twistflush-Technologie erhältlich und in den Farben Alpinweiß sowie Mattweiß. Kombiniert mit den neuen WCs in superleichten Design entsteht ein formschönes, modernes WC, was sich in jedes Badezimmer perfekt einfügt.